Hallo und willkommen zurück zu FIFA 15. Was haben wir hier denn noch? Hinch? Warte, wo steht das denn? Hinch ist einfach unschlagbar, Wiener Neustadt-Trainer. Wiener Neustadt-Spieler Hinch konnte sich heute nach einigen echten Ganzleistungen über ein großes Lob seines Trainers freuen. Ich habe ihm klargemacht, was ich von ihm erwarte und er hat mir keinen Punkt enttäuscht. In den letzten Partien war er der Dreh- und Angelpunkt unseres Spiels. Ich bin wirklich sehr glücklich darüber, wie gut er sich gemacht hat, sagte der geradezu euphorische Wiener Neustadt-Trainer. Wunderschön. Kommen wir erreicht. Ja, so ein Lob ist doch immer schön. Oh, die Elf der Woche sind wir damit bei... Nein, keiner von uns. Sieht man. Vom SV Grötig ist einer Spieler des Monats geworden. Die sind doch immer noch auf dem letzten Platz, oder nicht? Jo. Okay, was soll's. Spielen. Oh, jetzt sogar gegen Salzburg. Komplett dran vorbeigeworfen. Wollen wir mal starten. Und auf ihrem Einwurf wunderbar. So, kommt Juni Jungs. Was pfeifst du denn? Ah, ja gut. Ich nehm's ja zurück. Kann man schon mal pfeifen. Uh, spiel doch raus. Oh, warum hab ich denn jetzt gerade gegrätscht da? Oh, Entschuldigung. Da hab ich gerade berülpst. Ach, ein Wurf. Oh, meh, 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 Die spielen uns ganz schön an die Wand. What? Wegen Milo oder what? Hab ich den gemacht. Da rutscht er unser Spieler einmal kurz aus. Oh Gott, das wird ein Tor. Nein, wird es nicht. Oh mein Gott. Da bleibt er fast schon das Herz bei stehen. Ach, abseits war es auch noch. Zum Glück, 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 glück. Zum Glück. Zum Glück, glück, glück. Zum Glück, glück, glück. Zum Glück, glück, glück. Oh, ich dachte, ich könnte nochmal ausdrübbeln mit so einem schönen Trick. Gedankt. Ei, 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 ei. Oh, wir sind verletzt. Was? Was haben wir denn? Steht doch auf, da hältst du ein Heuer nicht so rum. Oh, wir laufen sogar raus. Was, wie krass. Kann ich halt jetzt nur noch zu gucken, was? Toll, sitzen wir da unten rum und es passiert nichts. Aber das muss ich ja leider auch sagen. Als ich selber noch Fußball gespielt habe, da hat er auch immer viele Probleme mit dem Knie gehabt. Da habe ich jetzt Torball auch öfters mal auf dem Knie aus Versehen irgendwie gelandet bin. Oh, wir sind wieder drauf, alles klar. Direkt den Ball. Und weiter. Wir lassen uns aber mal nicht auswechseln. Nö, wir spielen weiter. Okay, wir wurden ausgewechselt. Ja, restliche Spielzeit simulieren, das verlieren wir wahrscheinlich. Aber, hahaha. Noch 50% Ausdauer bei Spielende. Auch nicht schlecht. Äh, Sorge um Hinge. Wiener Neustadt hat bestätigt, dass Hinge ungefähr drei Wochen ausfallen wird. Uh, verstaubter Kröchel. Ich möchte dir mitteilen, dass ich wegen deines Verletzungsbedingungen aus von der Liga erwartet habe. Ja, ja, ja. Gucken wir uns die doch mal an. Äh, jo. Ist doch alles so geblieben, oder? Erzwungene Auszeit. Ja, ja. Uninteressant. Gucken wir doch mal. Nein, da. Nein. Äh, nein. Da. Da gab es doch hier irgendwie zweite Luft. Na, erhöht die Energie gegen Spielende. Außen Riss. Oh, heißt das nicht Außen Riss? Nicht Außen Riss Schuss? Ja, nehmen wir rein. Geschicktes Drüggeln haben wir. Okay. Ah, weiter. Würde ich sagen, simuliere ich das in dieser Folge nochmal alles so. Sturm Graz gucken, ob wir das gewinnen konnten. 1-1. Oh Gott, wir fallen immer weiter zurück in der Tabelle. Naja, ich weiß, dass ich krank bin und nicht spielen kann. Verlieren wir auch noch gegen SV Reed. Wir sind aber immer noch auf dem dritten Platz, aber... Jetzt haben wir natürlich alle einen wunderbaren Vorsprung und unser Vorsprung ist mächtig gesunken. Aber wir können wieder spielen, jawohl. Gegen Rapid... Wie? Spielerform 0k... Was heißt das denn? Oder soll das okay heißen? Ja, ich glaube, okay. So, wie sah es jetzt hier mit den Spielen aus? 27 Spiele haben alle. Wir sind auf dem vierten Platz zurückgefallen. Oh Gott, wir müssen gegen Rapid Wien gewinnen, damit wir wieder auf den dritten Platz kommen. Drücken wir mal die Daumen, dass das funktioniert. Wir haben ja jetzt hier zweite Luft und so. Oh, dass wir den noch getroffen haben, das war ja schon Glück. Oh, was? Ah, wunderbar. Das genommen wieder gut Punkte. Und... Ich habe tatsächlich da reingetroffen. Krass. Das war nicht mal gewollt. Aber was soll's. Du, beschwere ich mich jetzt auch nicht, ne? Mit 29.000 Punkten. Alter, wie krass. Und nur 11.000 Punkte bei Aurig. Boah. Nett. Vielen Dank dafür. So, wir sind wieder in Position. Ganz frisch dabei. Okay. 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 Schuppesberger. Schuppesberger. Wat ein Name. Schuppe. Oh, wunderschön. Oh. Kacke verdammt doch. Oh was? Der ging zu mir? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Scheiße, deswegen bin ich glaube ich auch nicht hochgestiegen zum Ball. Hallo? Wieso nimmt er den Ball denn da nicht mit? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Ich bin schon. Oh, spiel doch ruhig. Du hast doch alle Zeit der Welt. Er hatte doch alle Zeit der Welt. Ach, ja gut. Schön. Und der Gregor Hint schläuft ganz komisch nach hinten, als ich gerade mal LB gedrückt gehalten habe. Oh, den wollte ich eigentlich so cool ausspielen, hat aber das Gegenteil bewirkt. Oh, schön. Oh, ich kriege gerade voll Hunger auf Fleisch. Fleisch geht immer. Oh, das ist eine schöne Frikadelle oder ein Wiener Würstchen. Wiener Würstchen passt ja auch zum Verein. Wiener Neustadt. Wow, was ein Ball. Ich dachte, ich könnte den da so dran vorbeispielen. Schade, hat nicht funktioniert. Oh, schön. Und jetzt in den Hinterraum. Oh, ich muss lernen, Donner zu schießen. Eintritt muss ich noch machen. Da habe ich glaube ich 15 Tore hier in der Saison. Er geht direkt auf den Mann. Das kann doch so nicht funktionieren. Das ist doch das einfachste 1x1 des Fußballs. Das sah zwar cool aus, wenn das funktioniert hätte, aber so. Das sah ja nicht so duftig aus. Ach. Wow. Nee, Tore bleibt drin. Schön. Oh, gewonnenes Kopfball-Duell. Was? Ich habe die gelbe Karte gekriegt. Oh. Hm. Okay. Spielfortsätzen. Nein. Schön. Oh, nein. Jawohl. Und passt zu mir. Und. Schuss und. Oh, jawohl. Damit habe ich ein Tor geschossen. Perfekt. Rego Hünsch. 15 Tore in der Bundesliga. Geile Sache. Geile Sache. Und er sagt, wir sollen defensiv spielen. Aber. Och, ne. Oh. Oh, wäre das cool gewesen. Als ich das letzte Mal geschaut habe, musste ich auch nur noch 3 Spieler. Per Spezial aus Dribbelung. Dribbelungszeug. Damit ich die Leistung auch schaffe. Ich denke mal, da bin ich auch kurz davor. Schöner Einsatz. Schöner Einsatz. Jetzt spielt das schön luftig, flockig runter. Och, aber doch nicht so. Oh. Oh, Jungs. Mann, Deckung. Oh, wow. Wow. Schön. Das hat er wirklich gut gemacht. Wow, wow, wow. Nein. Nein. Oh, was? Was? Was pfeift er denn jetzt? Bitteschön. Das war doch wohl nichts. Ey. Ja. Sehr schön. Das kann man auch wirklich pfeifen. Oh, mit dem schwachen Fuß kam immerhin noch aufs Tor. Kamera bewegt dich. Ich sehe nichts. Ich muss. Wieso schieße ich immer nur so lasch? Mann. Ich muss das mal ein bisschen länger halten. Ich habe immer ein bisschen angstervollt. Ich bin mir total verzieht. Und mich dann da mehr drüber aufregt. Oh. Oh, ich renne mit zurück, Jungs. Oder auch nicht. Indem ich wieder nach vorne renne. Wow. Wir müssen die vorne jetzt irgendwie beschäftigen. Schön macht ihr das. Schön macht ihr das. Junge, lass den Ball mir, wenn der zu mir geflogen kommt. Oh Gott. Nein. Kacke. Wunderbar. Wunderbar. Der Torwart. Holen wir dem nochmal eins auf die Schnauze. Ja, abseits. Okay. Aber das ist alles Zeit, die verstreicht. Braucht man sich nicht beschweren. Unser 1 zumindest nicht. So, jetzt bringt die Zeit irgendwie übers Ergebnis. Äh, bringt das Ergebnis irgendwie über die Zeit. Nein. Abseits. Oh, ist das schön. Oh Gott. Er pfeift da. Oh, wir haben gewonnen. Mensch, fühlt sich das gut an. Schön. Und damit sind wir auf den dritten Platz wieder vorgerückt. Perfekt. Was sagt der Kalender? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 Spiele nur noch. Okay. Und diese 8 Spiele sind wir also noch bei der Wiener Neustadt. Schön. Und danach geht es wieder zurück zu Werder Bremen. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.